Leute, Apex Legends ist offline kein Witz. Wer es gestern nicht mitbekommen hat, by the way, das beste Apex Legends Video von mir, von der Klickzahl her, in so kurzer Zeit. Da muss Respawn erstmal so richtig schön verkacken, damit das passiert. Wir können Stand jetzt 12.30 Uhr, wo ich das Video am 3. April aufnehme, kein Apex zocken. Die Server sind down. Es gibt ein offizielles Statement von Respawn, zeige ich euch gleich. Oder ich blende es schon mal ein, sie schreiben hier grob, dass sie es verkackt haben. Spielerdaten sind verloren gegangen. Mittlerweile ist klar, dass es eigentlich so gut wie jeden wohl betrifft. Es gibt nur vereinzelt ein paar Leute, die heute auf Apex getwittert haben, so aus dem amerikanischen Raum, dass sie ihre Daten wiederhaben. Wer es nicht mitbekommen hat von gestern. Wir sind ungefähr auf Stand von Season 19 zurückgestuft worden. Wir haben eine Information bekommen, dass Cross-Progression da ist. Und auf einmal war alles, was bis dahin nicht erhältlich war, weg. Coins weg, Badges weg, alles weg, was wir Stand Season 19 bis Season 20 jetzt erreicht haben. Alles futsch. Und auch böse Zungen. Ich nenne ihn beim Namen, weil es sind auch meine eigenen Worte, die ich wählen würde. Sorten Smash kennen wir wahrscheinlich alle. Der wohl bekannteste Apex Legends YouTuber selber sagt, auf einmal geht es um viel, viel Geld, weil das teuerste Event aller Zeiten, seit Apex Legends auf einmal in Gefahr ist. Gibt es auf einmal ganz, ganz schnell irgendwie ein Patch und Respawn und EA sind ganz, ganz schnell daran, das zu fixen. Weil ein paar Daten, ein paar Daten nimmt mir das jetzt nicht für über, wenn ich das so klein rede. Aber wenn die Daten auf einmal verschwunden sind, wie schnell auf einmal Respawn und EA auf die Community hören. Wahnsinn, weil es das teuerste Event ist und denen natürlich das Geld flöten geht. Und so ein bisschen Karma-lastig, hat er beschrieben, ist diese ganze Geschichte. Weil das Ganze doch sehr, sehr, sehr doll auf verdammt viel Geld hinausläuft und das ganze Event auch schon im Final Fantasy Event und jetzt das aktuelle Event. Das waren alles sehr, sehr teure Events und dieses aktuelle Erbstück baut auf noch mehr Geld auf, weil es noch mehr Fragmente oder Artefakte gibt, die das Ganze zu einem großen, fetten 700 Dollar Artefakt machen soll, wohl angeblich laut Leaks. Und da verstehe ich böse Zungen und jeden da draußen, der genau derselben Meinung ist, der sagt, ey du, vielleicht haben sie es nicht anders verdient. Aber schaut und das ist wirklich die Tatsache, wo ich denke, okay, Respawn arbeitet an Fix. Wir haben so viele Probleme schon seit Jahren in Apex Legends. Aber da, wo es dann ans Geld geht, kann es so schnell gehen. Aber auch da Karma, jetzt muss es ganz, ganz schnell gehen. Sie kriegen es nicht hin. Das ist eigentlich eine ziemlich peinliche Nummer. So ist es Stand jetzt, sodass wir nicht zocken können. Die Apex Server komplett offline sind. Und das ein bisschen doof ist. Ich habe das Gefühl, die ganze Geschichte muss mal passieren. Das ist wie mit dem Hacker Destroyer 0815 4711. Ich habe das Gefühl, Season 20, da muss mal ganz viel schief gehen. Damit das ganze System endlich mal eine Menge, Menge Liebe abbekommt. Dass wir Spieler gegen Cheater besser abgesichert sind. Dass solche Datenverluste nicht mehr passieren. Und so weiter und so fort. Vielleicht nehmen sie ja das hart verdiente Geld und stecken das mal in mehr Sicherheit. In mehr Leute, die von ihrem Werk ein bisschen mehr Ahnung haben. Leute, wie gesagt, das möchte ich nicht schlecht reden. Ich liebe dieses Spiel. Wie ich es gestern schon gesagt habe, eine absolute Hassliebe. Aber eigentlich kann es doch nach über 5 Jahren Apex Legends nicht sein, dass so eine Katastrophe passiert. Wenn ein paar Skins weg sind, okay. Aber Stand Season 19, das sind 4-5 Monate, die das zurücklegt. Das ist schon ziemlich, ziemlich peinlich. Leute, was sagt ihr dazu? Ich halte euch auf dem Laufenden, so gut es geht. Heute wird es darüber aber kein Video mehr geben. Sollte es Neuigkeiten geben, wenn dann erst morgen, weil ich bis 22 Uhr heute noch arbeite. Also bleibt gesund. Wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein. Ciao.